hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim opa gamer mit einer weiteren folge gas station simulator so wir stehen hier an der tanke und ich muss mal ganz kurz gucken ja kohle da wartet jemand machen wir damals zuerst weiter ja es ist immer schwierig hier mal reinzukommen so schnell irgendwas los ist gar nicht was ich bestellt habe ganz kurz noch mal hier reingucken also ich muss die werkstatt ja der ist noch gut voll lohnt sich also nicht hier das war für die tankstelle ja sieht man auf zeug genau und ziel ist jetzt natürlich das lager zu vergrößern wahnsinn mit der darum okay hier muss ich nehmen wir noch mit es ist zwar nicht so wirklich lukrativ aber es dauert ewig und es gibt nicht viel kohle gut was heißt nicht viel kohle da sind 150 dollar 150 dollar gewinn zu machen in der tankstelle mit dem kleinkram und dann brauche ich wahrscheinlich länger das würde ich sagen ich habe hier keinen ich setze hier nichts ein das heißt immer man kann die leute nicht in den kopf gucken danke ich glaube das wurde geändert weil das kommt mir jetzt schneller vor aber gut ich habe nichts dagegen so lange mal kurz durch ist jetzt ja wahrscheinlich wieder aus wie das ist ja gleich soweit ja okay wenn ich jetzt wenn der tag jetzt hier vorbei ist 16 21 werde ich das ding zu machen alles einräumen aber man kann ich dann noch biete wie damals blöde ist ich kann die hier nicht das ist 14 macht doch keinen sinn 16 4 x 4 logisch 16 das heißt ich kann immer 32 hüte autogramm haben wir noch da haben wir auch noch sehr gut gut dürften noch voll sein ich fühle jetzt hier alles auf auf dann noch mal eine ladung mache ich nicht für die alles auf größer dann das lager habe ich schon zwei zeitungs bestände ja ich auch mal fünf rein machen wir retten haben auch noch geholt die tränke brauchen wir noch ich kann es nicht sehen ich kann es einfach nicht sehen das ganze zeug hier rum liegt ich muss das jetzt dann bist du noch da du bist noch da das ist eine männerwerkstatt es läuft sehr gut so ich muss noch runter sonst wird die waschhalle nicht mehr aber woher machen wir noch das hier dann muss ich tanken die haben wir sonst ab so waschhalle funktioniert nicht können wir eigentlich machen wenn wir jetzt regeln sollte eigentlich dann auch gehen dann auch mal rein gucken das geschieht jetzt alle schlafen größer das ganze wir haben 8000 das ist ja schon gut spiegel bleibt auch so gut dann müssen wir mal gucken die bestellung machen auf jeden fall noch ich glaube das waren 30 31 50 so läuft das so einmal tanken so klugerweise nicht jetzt habe ich nicht mehr so viel geld hierzu modernisieren oder beziehungsweise kasse reparatur läuft hier ist jetzt nichts los ich weiß was ich jetzt nicht nee muss warten ist die die von da ist doch 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 kein fehler so was bräuchte ich denn hier noch hüte 46 48 12 etwa soft getränke hüte und soft getränke das wäre glaube ich im moment das wichtigste das ding und ich war ich will eigentlich zu machen also das auto machen wir noch mal die schon mal nicht ich habe hier alles eingefallen und ich hoffe es wird gut aus der dame wenn sie da so stehen bleiben ja kommen sobald er ist eingeladen ist also ist schon stressig so kann der abrücken wenn ich mich jetzt vergrößern muss ich wieder streichen und immer noch sauber okay das ist okay die nehmen wir noch mit und erlaubt man die erweiterung kann ich nämlich auch machen wenn es so ist wir haben 6000 das reicht für alles zu erweitern vielleicht auch noch für ein bisschen deko parkplatz eventuell nach pausa ich mache jetzt die stadt 019 das ist gut zack auf wiedersehen war gerade nicht viel los nutzen müssen wir die zeit wieso ist mein mikro so leise hallo nutzen wir die zeit hallo 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 so ok müssen wir die zeit und was willst du denn jetzt noch du kommst auch ja ja ich habe zugemacht hallo ich muss sich streichen so habt ihr das gerafft ich muss ich streichen so habt ihr das gerachen das jetzt zu ist hier herzlichen dank so dann hause und tschüss so damit ich dann nachher keine probleme haben kriegen die mal alle kohle das schon mal erledigt so das geht jetzt halt nicht anders 1500 genau herzlichen dank das bowl mit schildern waren die immer schon ich habe das gefiel da kommt immer was dabei was bringt mir das höheren wasserdruck was bringt das mir wäre es viel lieber ich könnte das jetzt pushen macht sich auch kann so wir haben mehr reibstoff und haben mehr lager kostet nur 600 von außen fällt das nicht auf das ist gut muss ich da schon mal nicht streichen werkstatt machen wir auch kostet nur 600 was kommt dazu batterie wechsel batterie regal heißt müssen natürlich auch batterien besorgen um die zu pushen so ich muss noch ein bisschen lauter machen mein mikro ist heute irgendwie leise wie sonst gut wie viel kohle haben wir noch 32 weißt du was kostet 1500 ja ist teuer ich will ja irgendwann hier zu dem punkt kommen wo es heißt ich habe hier irgendwelche dlc ist okay gut aha hier haben wir das problem jetzt wir haben hier mehr ja ok werkzeuge wir können den drucklufthammer kaufen das ist schon mal sehr gut vakuum theoretisch auch aber praktisch nicht wobei ich mir noch nicht so ganz genau weiß wofür der gut ist den kaufmann so jetzt haben wir ganz wenig geld nur noch das macht aber nichts wir können aber jetzt hier naja für die wände zu verbessern brauchen aber geld noch ok nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier streichen oder ich kann hier meine wände jetzt verändern das finde ich richtig gut also ich kann hier beide seiten und draußen das ist ja auch blöd wieso kann ich denn das dann nicht muss ich das drin muss ich das drin warte mal wie geht denn das wenn es wenn ich jetzt hier so schöne bruchsteinwand oder sieht blöd aus draußen dass ich das ist draußen drin kann ich ganz normal streichen das mache ich auch kann die frage ist nur was mache ich das hier sieht wild aus kostet 45 pro verwendung da muss ich das jedes mal neu ok ich mache das jetzt mal sieht es nicht wirklich schön aus mache jetzt auch nur die seiten die jetzt hier gemacht werden müssen hätte ich eigentlich hier was anders machen können sagt meine kohle ok also beim nächsten mal muss ich gucken dass ich mehr kohle habe das hier lassen wir erstmal das wird mir nämlich jetzt doch etwas zu teuer das ist ein wenig umgestalten ich werde auch noch ein paar verkaufsstände holen das sieht ja spektakulär aus und tschüss musst du natürlich hier wenn man mal weg jetzt war normalerweise nicht den kann ich nicht nehmen ok wenn ich schon mal ein bisschen bin dann machen wir hier mal kurz sauber ja die dings die pumpe gehen wir noch ach ja mal ja auch noch muss ich jetzt wohl auch noch machen sonst sieht das blöd aus ok das hier das da oben was ist das ich kann ja ein anderes dach drauf knallen ne will ich aber nicht ne will ich aber nicht ok ist mir jetzt zu teuer ok das hier haben wir jetzt auch wieder in dem schönen blau weil ich habe kein geld mehr ich muss wieder kohle einfahren so was muss ich mit dem telefonieren das mache ich aber auch jetzt aber erst gehen wir rein das kann ich da oben das kann ich das jetzt trotzdem streichen noch so ja das mit dem dach ist mir aber jetzt auch neu ok dass wir versuchen blau zu machen nun mal zu gucken wie es aussieht farbe kostet nix ja gar nicht so übel so was haben wir innen eine schöne farbe gehabt helles grau dass das herr ist so dunkel oder das dunkler egal ich mache es jetzt trotzdem erst mal ja etwas zu lang ja ja Okay, ach Gott, einen Moment, ne, einen kleinen Moment, so, ja, zum Beispiel passt wieder am Ende der Folge, gut gemacht, Opa, naja, die ist dunkler als das andere, grau, ah, ist egal, ich lasse es jetzt mal so, ja, da kommen die jetzt natürlich ungünstig, das Laden ist zu, die kommen aber wieder, hat es gemerkt. So, jetzt muss ich hier regalmäßig etwas umgestalten, das Problem ist nur, ich glaube, ich habe jetzt so viel im Lager, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt aufnehmen kann, ah doch, ich habe 1000 Platz, ja, das war gut, ich werde jetzt hier alles umgestalten, das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt die Hüte hier, lass mal gucken, 672 von 1000, gut, ich kann das ja schon mal wieder aufstellen, ich muss ja jetzt nicht, so, liegt hier noch irgendwo was, ja, machen wir erstmal sauber. Dann machen wir hier mal so ein paar Regale, es kommt hier, glaube ich, noch eine Erweiterung, ich weiß jetzt nur nicht, wo die hingeht, die hinwandert, hm, Regale, ich habe sogar noch einen kleinen Zigarettenstand, könnte man eigentlich auch noch aufhängen. Alles hier stört mich etwas, als dass ich es nicht hinbekomme, die gerade zu stellen. Das ist nicht gut. Ich bin nicht sicher, ob hier alles reinpasst. Ich glaube, es passt alles rein, die Dinger sind groß, ja. So, das hätten wir schon mal weg, aber da haben wir auch eine volle Mülltonne. Die ist okay. So, jetzt würde ich gerne dieses Regal hier hinstellen. Und zwar so. Das ist schon wieder los, jetzt. Jetzt auf die Uhr aufpassen. Ist das genug? Würde ich doch sagen, ne? 78, kann man nicht vorstellen, dass die alle da reingehen. Ich glaube, von denen hatte ich nachgekauft, ne? Ja, aber okay. Das Ding ist voll, das ist die Hauptsache. Ja, also wenn ich so was im laufenden Betrieb mache, da werde ich ja wahnsinnig. So fegen wollte ich zuerst, bevor ich hier alles zustelle. Ja, ich mag Show. so und den schmutz anweg ja das war einfach noch eine ganze menge dreck was da gar keine achte hier ja so wird es besser genau da stellen wir die regale jetzt alle hier in eine reihe und schauen mal ob wir dann noch welche dazu holen aber jetzt im kontostand er nicht so ist auf jeden fall jetzt wieder in ordnung ja es hält schon auf habe ich jetzt noch irgendwas an regalen ach die hut ständer genau die hut ständer also jetzt habe ich ja hinter mir jede menge platz aber ich glaube ich kann die kasse auch umstellen muss ich doch mal gucken wohin gut ständer lasse ich jetzt erst mal aber ich kann warte mal was hier bleibt erst mal so den würde ich gerne wegnehmen genau erstmal einsacken dann fangen wir hier wieder mit einem regal an aber so rum das ist gut also soft getränke habe ich da keine gekauft gehabt gekauft gehabt ja so das gleiche nur anders genau ich würde nicht zu eng stellen so bläst 5 bis 5 so dass ich immer vier ungefähr vier felder abstand haben zwei drei vier dann noch zwei dahin gehen weiß ich noch nicht okay sagt die uhr 31 minuten gute das umstellen her werde ich auf screen ein bisschen weiter machen und dann geht es demnächst wieder richtig los bedanke mich dafür zugucken bis zum nächsten mal euer opa gamer tschaui